So, irgendwie hier geradeaus sollte der irgendwo sein oder zu finden. So, der geht da rüber. Ach, der ist auf der anderen Seite da. Okay, alles klar. Wir müssen ja mit ihm noch quatschen bezüglich des Lagers, des Hafenlagers. Warum hat er das denn kaputt gemacht? Obwohl ich immer noch sagen muss, ich glaube nicht, dass er das war. Gefühlt wird jedem erstmal Schuld in die Stuhl geschoben, ohne Beweise. Klar, er ist ein Hauptverdächtiger, weil er sagt, okay, er möchte, ne? Er hat keinen Bock auf den Hafen, aber egal. Handelsauftrag. Tolle Arbeit, du bist ein sehr zuverlässiger Handwerker. No, und einmal unterhalten, einmal ab, ne? Ich bin glücklich, dass der Mayor eine Starlight für eine Schutzgebung hat. Ich hoffe, die Leute, die besitzen, werden diesen Ort respektieren. Er hofft, dass das Major als geschütztes Areal gilt und er hofft, dass viele Leute das besuchen. Weiß ich das richtig? Starlight? Keine Ahnung. Mein Englisch ist super, ich weiß. Ich kümmere mich auch sehr viel darum. So, null. Egal, gut. Ähm. Ja, äh, Forschungssettel, ich muss das mit der Suche machen. Ich spreche mal mit Mr. Moose auf, vielleicht hat er vielleicht noch was Interessantes zu berichten. Scheiß leck. Jetzt, dass der Hafen komplett ist. Ich stecke mich um ein bisschen und bin auf meinem Weg nach Hause. Ich werde zurück auf meine Investitionen, einmal in einem Moment. Okay. Also jetzt ist der Hafen komplett. Ähm. W-w-w-w. Wird noch ein bisschen umhergehen und, oder sich umherschauen und dann, äh, wieder sich auf den Weg nach Hause machen. Mh. Mh. Und in der, äh, 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 äh. Und er wird auf jeden Fall nochmal sein Investment, ja seine Investition schicken. Weil ich das richtig so übersetzt habe. Aber dann gehen wir uns wieder zum Forschungssamplein. Erstens möchte ich das Gemälde Mädchen abgeben. Kleiner Gegenstand Kunstwerk, kann im Museum platziert werden. Tada. Und wir müssen irgendwie diese, diesen blöden Computer finden. Der kotzt mich so an, dieser scheiß Computer. Sam. Hallo. Hallo. Es gibt einige Unterkürzungen rund um die Starlight Island. Also können wir da nicht auf kleinen Rollbooten gehen. Was, was, was? Wir brauchen große Boote, um da nicht zu fahren, alles klar. Tschüss. Mehr konnte ich jetzt nicht direkt draußen ziffern. So. Scheißegal. Wir gehen erstmal ins Museum. Und, äh, Gemälde. Ähm, Gemälde, 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 Gemälde. Packt man ja normalerweise irgendwie an ne Wand. Ich weiß nicht, haben die irgendwie, ne, die haben keinen festen, festen Sitz. Ich pack das aber hier oben rein. So. So. Und ich gehe einmal nach oben. Lenne ich mich mal eben oben gucken, ob ich vielleicht hier oben was finde. Weil hier oben ist ja immer noch in den Hedis. Äh, ne? Genau. Warum auch immer man hier irgendwas hinpacken sollte. Aber egal. Kann ich auch Holz hier unterlegen? Oder den Dolch? Nein. Oh, lol. Ja. Das sind echt viele. Krass. So viele haben wir schon gesammelt. Okay. Ja, gut. Hier ist jetzt... Da guckt ein Buch raus. Merkwürdig. Tja, irgendwie, ähm, komme ich bei der Aufgabe nicht so wirklich weiter. Weil ich aber nicht weiß, wo ich direkt gucken soll. Äh, 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 es ist... Petra, was hat sie denn zu sagen? Hi. Hallöchen. Alles klar. Forschung, wie sieht's aus? Alles klar. Sonst haben wir hier nichts zu machen. Ich würde ja eigentlich mal fragen, ist irgendwie hier was unbekannt? Oder... Merkt ihr, dass hier sonst irgendwas unordentlich ist oder fehlt? Dass man so ein bisschen darauf hinweisen kann, oh, in dem Schrank sieht's da, ne? Da wird rumgewühlt. Aber nein. Dann schaukeln wir mal ne Runde. Ich wusste ja gar nicht, dass es geht. So, warte mal. So. Ah, okay. Oh. Wups. Ähm. Alles klar. Oh, ich bin das kacke in der Nils-Forschungszentrum zu suchen. Da ist nix. Da ist einfach nix. Mann. Fünf gewinnt. Komm, machen wir mal. Einleitung für fünf gewinnt. Fünf gewinnt. Brett macht in jeder Runde deinen Zug bei den Glitterschnittpunkten. Jeder Spieler macht einen Zug pro Runde. Schwarz fängt an. Da sind noch Tastatur-Tipps. Da ist die Siegbelohnung. Anleitung für fünf gewinnt. Wenn fünf Spielstände derselben Farbe eine durchgezogene gerade Linie bilden. Horizontal, vertikal oder diagonal. Also so, so und so. Gewinnt jeder Spieler und das Spiel wird beendet. Alles klar. Fange ich bei der Mitte an. So, dann setzt er nach da. Dann fange ich erstmal an. Mach erstmal hier einen hin. Mhm. Das ist doch schon mal was. Dann macht er nach da hin. Dann mache ich erstmal dazu. Dazu. Ja gut. Du hast verloren. Wieso habe ich jetzt. Ach der nach unten. Wirklich verlassen? Nein. Ich habe nicht verloren. Ich kann noch setzen. Ah, gute Falle von ihm. Ja komm, bannen wir mal. Ja. Ich will nochmal spielen. Komm, das ging viel zu schnell. Zack. Ähm, warte. Wir könnten jetzt schon mal. Er ist gut. Wir müssen ihn aufhalten. Aber ich habe hier. Ah, schade. Hat er, hat er, hat er durchschaut. Hat er durchschaut. Okay, wir, wir, wir. Ähm. Könnten wir dann setzen. Was uns vielleicht einen Vorteil bringen könnte. Und ihn noch ein bisschen. Hier, komm, da. Machen wir erstmal hier einen rein. Da einen vor. Ähm. Machen wir da einen hin. Erc. »Ai.« »Was, ich habe wieder wirklich verloren?« Ach, lol. Er ist knifflig. Ihrer steht hier. »Lauff weg, lauf weg. Tischere deine Seele!« Alles klar. Warte, warte, warte. Ich will mal hier reingehen. War ich da schon mal drin? »Ach, hallo Ev?« Alles gut bei dir? Hallo. Hallöchen. Mali hat mich viel über die Strukturen gefragt, aber seit ich in einer großen Mansion lebte, und nicht viel rausgekommen, bis ich in der Spassstation umgekehrt wurde, weiß ich wirklich nicht viel. Was ist denn eigentlich alles? Beziehungsweise wer wohnt denn? Wow. Was ein Komfort. Heilige Scheiße. Oh, wir haben dann auch noch ein Doppelzimmer hier. Heile Truhe. Magnetisches Armband. Einige Leute nennen meine Haare schlug, aber sie sind die, die Sonnenbegriffe bekommen. Äh, verbrannte Gesichter, wie jetzt? Okay, ich gehe dann mal lieber. Ach, das ist extra, okay. Ach, sogar ein Teppich, wow, hier gibt es ja richtig Luxus. Ach, nochmal eine Tour. Erstmal alles durchwühlen, eine Schleuder, wieder was zu verkaufen, ja dann. Alter, wir werden schwindelig, ey. Oi, 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 oi. Hm, also sonst ist ja auch nichts los. Was ist denn das denn bitte für Steckdosen da unten? Steckdosen, Schalter, keine Ahnung, was das sein soll. Ei, 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 ei. Alles klar. Ähm. Ja. Ich muss jetzt mal da raus. Ähm. 21 Uhr, ja weißt du was, komm, wir legen uns wieder hin. Ei, ei, ei. Erstmal von morgen. Sollte eigentlich alles noch eine gute Sache reichen. So, jetzt wäre... So, gerade aufgestanden, ja, mühe sind wir doch. Ja, aber zum Briefkasten laufen, erstmal Post holen. So. Pflanzen machen wir gleich weg. Und dann sollte auch was anderes fertig sein. Pflanzen machen wir, ja, wir machen vorher eben das mit dem Bauen, ne. Aluminium, 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 Lagerung, so. Ähm... Öp, 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 Öp. Holzkohle. Jetzt können wir die machen, jetzt haben wir Zeit. Und wir schauen mal ganz kurz nach, wir haben 5 Sand und es fehlen immer noch welche. Ich glaub's ja nicht. Uns fehlen noch 5 Stück. Aha. Den werden wir uns auf jeden Fall laut hinbekommen. Okay, ich mach mich jetzt erstmal auf zur, ähm, so, so, einmal einen neuen Auftrag holen. Denn, da sieht man schon, da ist schon wieder einer reingelaufen, der ist kaum erwarten kann, uns zu überholen, was er bei uns verschaffen wird. Denn, äh, wir sind offen für alle, nehmen alle möglichen Aufträge an und bearbeiten diese auch schnell bei allen. Auftrag, nein, 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 nein. Armstecker, ein Lederrohrn. Neunmal Edelalu, weißt du, wer, obwohl... Haben wir neunmal Edelalu? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, drei Wassereimer, ich glaub nicht, dass wir dann... Ich will mal ganz kurz gucken, drei Armst... Armstrecker, what the fuck? Was soll das denn sein? Drei Armstrecker oder neunmal Edelalu? Was hab ich denn? Hab ich schon Edelalu, dann geht das ganz fix. Dann können wir doch mal eben reinschmeißen. Wenn, oder wenn wir halt knapp drunter haben. Aber wenn ich jetzt, ähm... Wenn ich jetzt... Armstrecker noch komplett bauen müsste, oder Edelalu noch komplett fertig machen müsste... Joa... Was auch immer ein Armstrecker ist, keine Ahnung. Dann müssen wir mal ganz kurz nachschauen, was ist denn ein Armstrecker? Ein Armstrecker, drei Stück. Perfekt. Wir nehmen den Armstrecker-Auftrag. Weil sonst wird ja jetzt keiner weggenommen. Unser blöder Konkurrent, der ist ja schon abgehauen mit einem Auftrag. Jetzt nehmen wir die Armstrecker und dann sind wir glücklich. So. Und jetzt gleich erstmal den falschen wählen, oder? Das wär... Oh, das war jetzt auch bitter. Das wär so bitter. Nochmal nachschauen, sind nur alle drei da. Sehr schön. Drei Armstrecker. Annehmen. Kriegen wir sogar mehr als hier. Aber von daher top. Das war, glaube ich, sogar der beste Auftrag von allen. Jetzt müssten wir nur Mei finden. Boah, wo ist die denn da unten am Arsch der Welt? Oh, oh, oh. Hallo, Scraps. Jetzt würde ich einfach weit laufen hier. Meine Güte. Mr. Moose. Ja, dann. So, wo ist es denn? Alter. Was macht die denn da unten? Gibt's doch nicht. Mann, 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 Mann. Ist das immer so eine Scheißlauferei hier. Ah, da, in den Büschen versteckt sie sich. Hallo. Hey, 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 hey. Hi. Hi. Danke, du warst eine große Hilfe. Holy fuck. Was zum... Das Accessoire ist bereits ausgerüstet. Vom mysteriöser Mann. Nein. Nicht nur. Wir haben... Wow, wir haben mittlerweile 52.000. Holy fuck. Okay. Ey, wir schauen auch gerade mal nach, wenn wir schon hier sind. Nach einem... Ja, nach irgendwas, was wir machen können. Leinen. Wir haben null. Hm. Das ist aber bitter. Oh, ernsthaft? Da ist nichts dabei, dass wir irgendwie groß verkaufen könnten. Ernsthaft? Ernsthaft? Könnten beispielsweise Dressing machen. Wir könnten aber auch gucken, dass wir... Ich schau mal nach Leinen, was wir für Leinen brauchen. Kurz mal gucken, wie sieht's denn hier aus, so angebotstechnisch. Na ja. Der Kettensäger war cool. Ketten-Säger-Massaka. Steht das bald in den Nachrichten. Aber nicht mehr in Portia, sondern in allen anderen. Portia wurde niedergemetzelt. Gut. Wir, ähm... Wachen uns aber jetzt erstmal auf. Ich will mal ganz kurz nach Leinen gucken, wie teuer... Oder wie... Ist es schwierig, die herzustellen? Alter, wenn, dann würde ich sagen, komm, easy, Leute, 200 Leinen. Können wir dafür die... Diese, 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 äh... Ach ja, wie heißt die Fäden denn noch mal... Mann. Gottverdammt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn nicht, werdet ihr es gleich erfahren. Äh... Leinen, Leinen, Leinen. Hier, wie diese, 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 diese Pflanzenfasern, genau. Leinen, Leinen. Leinen sind nicht hier, was? Wie, Leinen sind... Oh, boah, wie, Leinen sind nicht da. Äh, Leinen. Wir können alles Mögliche machen, nur die so verfickte Leinen. Die können wir nicht machen, oder was? Leinen ist doch eigentlich Stoffarbeit, oder nicht? Das finden wir doch niemals hier. Nö. Wir haben keine Leinen im Angebot. Nein. Es kann doch nicht sein, dass wir keine Leinen machen können. Können verfickte Pelzschalen, Schals machen und sowas. Amulette können wir anfertigen. Können sogar so einen verfickten Staubwedel machen. Und so verkackte Leinen können wir nicht machen, oder was? Was ist denn hier los? Leinvorleger können wir sogar machen. Ach, Leinen brauchen wir aus der Landwirtschaft. Alles klar. Ja, dann. So, es fehlt noch eine. Ne? Eine. Einzige. Fehlt noch. Äh, ja. Was war da? Genau, hier die Pflanzen. Ich wollte mich um die Pflanzen kümmern. So, dann würde ich mal sagen, ernten wir die doch erstmal alle. Ich glaube sogar, die Anzeige hilft dabei. Alter, wie viel. Ja, also ich würde mal sagen, das hilft so ein bisschen, Dünger. Was, was, was? Die sind auch gar nicht gut hier. Es ist auch... Bambuspopaya, Tatsache. Das ist auch schon fast fertig. Ei, 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 ei. King of Landwirtschaft, würde ich mal sagen, hier. Aber den Dünger nehmen wir mal eben mit. Denken wir mal ganz kurz an die Seite. Verteilung plus sechs. Mhm. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Bambuspopaya, so. Wir haben noch zwei Uhr dreißig. Ich würde sagen, dass wir die auf jeden Fall noch einpflanzen werden. Beziehungsweise, wir können auch nochmal... Obwohl, Bambuspopaya, wir haben ja schon einige. Wir haben schon einige. Machen wir nochmal. Komm, Leute, komm. Machen wir nochmal ganz fett hier alles rein, alles voll. So. Dann passt das Ganze schon. Wir füllen auch gleich wieder mit Dünger auf. Wir haben ja noch Dünger. Dass wir die bloß voll kriegen. Ich will immer noch wissen, was sind die großen Pflanzenfesten... Äh, Pflanzenfesten, genau. Pflanzenkästen machen können. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Kartoffelfrüchte anbauen. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Alter, verbrauchen die viel. Die verbrauchen viel mehr Dünger. Hier kann ich keinen Dünger anwenden. Okay. Aber hier. Immer schon düngen hier, ne? Da hat die Pflanzen bloß was werden. So. Also, ja, gut aus hier. Das hier sollte auch noch nicht funktionieren. Es ist gut, dass es nicht funktioniert. Weil, äh... Weil sonst werden wir statt 100% Dünger Anwendung... Also, wenn jetzt... Wenn wir jetzt für so ein Feld beispielsweise 500 bräuchten oder sowas aufs... Natürlich, die Pflanze braucht halt nicht... Keine 100% davon. Voll scheiße ausgedrückt. Sagen wir mal. Von den 100% keine 20%. Das Ding füllt halt immer 20% auf. Dann würden wir, ähm... Verluste mit dem Dünger machen. Dann würden wir halt... Wenn wir mit dem Dünger auffüllen zum Beispiel nur 15% machen. Dann müssen wir zum Beispiel schon... Statt 3 mal 4 mal auffüllen oder sowas. Beziehungsweise statt 5 mal 6 mal auffüllen. Hä? Viel zu viel Gerede. Viel zu viel Schwach bin. So, okay. Das packen wir mal jetzt hier rein. Ähm... Wir haben jetzt ein bisschen Babusch-Papaya. Die können wir erstmal hier dazu packen. So, 420 haben wir jetzt. Finde ich super. Nach dem Armreif gucke ich mal ganz kurz nach. Wir haben Handwerkerkiste maximal Ausdauer plus 9. Wir haben hier Verteidigung plus 6. Hmm. Ups. Besser. Welche Kiste ist ja wurscht. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Zwei. Drei. Hab ich passend nachgeguckt. So, 20. 20. Fünf. Voila. Äh. Zack. Machen wir. Dann haben wir das Boot nämlich auch fertig. Vielleicht ist das mit dem Diebstahl noch so ein bisschen zeitabhängig. Also sprich, vielleicht können wir das jetzt noch gar nicht machen. Wir müssen noch ein bisschen warten. Das kann halt alles möglich sein. Man weiß es ja nicht. Aber ich weiß es ja, das Spiel ist ab und so ein bisschen, hm. Ah, schön abgenutztes Fell. Das finde ich gut. Aber ihr könnt auch aus abgenutztem Fell feines Fell machen, ne? Wieso können wir nicht aus feinem Fell auch abgenutzt machen? Weil wir das einfach mal so ein bisschen... Oh, das sieht schick aus. Äh, ein bisschen irgendwo, äh... Weiß nicht, drüber reiben oder sowas. So. Ich danke. Das muss ich ja bestimmt zu Antoine bringen. Hundertprozentig. Oh, Verfolgungsjagd. Da hat wieder einer ein verbranntes Gesicht. Oh Gott. Oh Mann. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Sehr nett. Top-Qualität ist wie immer. Ich bin sicher, dass der Herr das hier gefreut wird, um das zu sehen. Ich kann nicht erwarten, um da zu gehen und einen Gehen zwischen den Korallen zu gehen. Ja, dann. Eine Militäruniformhose. What? 220 und 45. Alter, ab Level 42. Okay. Wir sind Level 39. Ja, wir laufen bald in Militärklamotten rum. Hab ich gehört. Ah, hat der Bürgermeister neue Informationen? Alles klar. Komm, ich nick der Schnuck. Das fängt ja gut an. Okay, nimm mir Schere. Okay, dann nimm ich Stein. Dann nimm ich nochmal Stein. Komm, nochmal Stein. Ah, dann nimm ich Schere. Du hast mich platt gemacht. Und da gibt's Beziehungsbonus für, wenn man verliert. Geil. Ah, schön. Okay. Ähm, was können wir denn jetzt noch machen? Weil wir haben jetzt eigentlich noch viel Zeit. Obwohl die Aufnahme eigentlich auch schon gleich zu Ende ist. Erstmal gucken, was können wir denn hier nochmal alles machen? Wir bräuchten beispielsweise, die hatten wir ja so in letzter Zeit so ein bisschen verbraucht. Ab und zu brauchen wir die noch. Wir haben beispielsweise kaum noch Bronzebarren. Ich könnte mir sagen, oder wir könnten mal ein paar Bronzebarren machen. Viele Maschinen laufen jetzt gerade. Eine läuft hier. Eine läuft da hinten. Haben wir schon mal zwei. Die ist gleich fertig. Sind wir bei drei. Bei der sind wir bei vier. Ja, ich geh jetzt schon mal davon aus, dass ich jetzt gleich beenden werde. Deswegen, ich kloppe jetzt hier nochmal voll. Dass es nochmal ein bisschen dauert. Ja, das ist ja wie gesagt gleich fertig. Dann können wir schon mal... Machen wir den hier einfach mal an. Und ich brauche ein paar Bronzebarren. Haben wir 30 Stück. Jetzt haben wir erstmal... Beziehungsweise... 30 Stück ist vielleicht ein bisschen knackig, würde ich sagen. Komm, wir machen einfach mal 14 Stück. Jetzt sind wir insgesamt bei 15. Stetigen wir mal das Ganze. Jetzt läuft der etwas mehr als... Ja, schon ein bisschen länger. So, hier warten wir mal ganz kurz drauf. So, der braucht eigentlich nur noch zwei Stunden. Aber, ich sag mal so... Uns fehlen ja noch ein paar. Wir machen nochmal sechs Stück drauf. Ist der bei 20 Stunden. Das sieht gut aus. Ja, aus dem einfachen Grunde. Wenn ich jetzt beende... Mach ich aber vorher noch das hier. Ein paar Bronze-Ruhe. Ah, sieben Stück. Dann sind wir wieder bei zehn. Und wir sind jetzt aber nur bei 64%. Also sprich, wir haben zwei Öffnen an. Für jeweils eigentlich zwei Maschinen. Es laufen aber insgesamt fünf Maschinen drauf. Sprich zweieinhalb pro Maschine. Dadurch verzögert sich das Ganze. Also 16 Stunden. Etwas mehr als einen Tag. Etwas mehr als einen Tag. Und auch etwas mehr als einen Tag. Aber, ich sag mal so... Bis zum nächsten Tag sollte es auf jeden Fall locker reichen. Das sind nämlich nur zehn Stunden. Und, äh... Komm, wir sortieren mal eben noch ein bisschen was ein. Und dann, äh... Hoppala. Das wollte ich nicht. Ich wollte auch was einsortieren. Schauen wir mal ganz kurz nach. Wir haben noch eine Schleuder im Inventor. Das hier haben wir noch mit drin. Hm. Ja, Baumharz. Auf jeden Fall sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Und sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal ganz kurz nach. Wir haben noch ein Harz dabei. Wir haben das hier noch dabei. Geh mal weiter. Schmuck. Ein Amulett. Sonst haben wir noch ein bisschen Wolle. Wir haben abgenutztes Fell. Sonst aber nichts. Hier könnten wir beispielsweise irgendwas reinpacken, was wir reinpacken können. Beispielsweise das. Wo man das ja eigentlich auch zu Schmuck zählen lassen müsste. Obwohl das eigentlich kein Schmuck ist. Aber egal. Äh, das Messer haben wir auch mit da drin. Äh, ey, guck mal. Haben wir das Messer auch schon los? Wir machen mal weiter. Und, äh, ja hier, ne? Klar, sicher. Muss doch mit rein. Hier auch die Aluminium. Äh, müssen mit rein. Müssen mit rein. Ja, weiter. Wir haben hier, haben wir auch noch was zu erledigen. In einem Binge zweiter sind wir da mit durch. Tierisches. Jetzt geht's los. Das einmal mit rein. Das geht einmal mit dazu. Äh, tierisches haben wir sonst alles weg. Müssen auf jeden Fall noch zu Holz. Aber auch hier müssen wir noch ein bisschen was dazu legen. Wir werden übrigens weniger hiermit. Wir werden weniger. Was ich gut finde. Äh, das, das, das. So, dann sollte das alles weg sein. Dann haben wir noch Holz und ein bisschen nahrungstechnisch was. So. Das sieht gut aus. Wir müssen auf jeden Fall bald wieder normales Holz oder generell mit Holz viel produzieren. Wir dürfen damit nicht mehr allzu lange warten. Und unsere Militärhose. Ich tausche die mal durch. Ich kann halt hier ein Militäroutfit machen. Weil das ist Level 15. Level 40. Das können wir übrigens auch noch nicht tragen. Level 15. Level 12 sogar nur. Und das hier, ne, Militäruniformhose. Alter, das Ding kostet 10.000. What? Das Ding kostet 10.000? Was? So eine Hose kostet 250. Das hier kostet 2000. 750. Das sind alle 7.000. Und das hier mal eben 10.000. Alles klar. Wir sind übrigens bei 62.000 mittlerweile. Für uns fehlen auch 100.000. Dann können wir uns das nächste Grundstück kaufen. So. Ich begebe mich aber jetzt erstmal in meinen... Warte mal. Die Kürbisse sind die schon gut. Oder brauchen die noch ein bisschen? Ja, wir brauchen ein bisschen. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache mich dann. Und ich würde sagen, ich informiere mich mal über den Diebstahl. Weil ich finde nichts. Wir haben alles wirklich abgeguckt. Wir haben versucht auf dem Zentrum zu gucken. Wir haben außen im Bereich geguckt. Wir haben innen komplett alles abgegrast. Wir waren hinter der Mauer. Auf beiden Mauern. Und ich habe nichts gefunden. Da werde ich einfach mal nachschauen. Und ich werde mal gucken, was ich mit so ein bisschen Satirwolle anfangen kann. Diese bunte Wolle, die wir bekommen. In dem Sprechen, Leute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche noch was. Und tschüss.